So, Feldposten, Feldposten, Feldposten! Und dann müsste oben auf dem Dach noch der letzte Schweber rumhängen, den ich aber ja ohne Probleme töten kann. Ach du Scheiße. Gehst du mal, kannst du irgendwo in Deckung gehen? Nicht wirklich. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass da in dem Raum einer drin ist. Keiner drin? Okay. Zuerst mal einen auf Feldposten. Du rennst da hin? Irgendwo muss ja noch der letzte Schweber rumhängen. Nicht hier oben? Okay. Das ist nicht gut. Hier drin auch nicht. Oh, oh. Wo ist denn der letzte? Da hinten irgendwo. Ist hier hinten noch eine Tür? Nee. Ich habe aber da oben auf dem Dach eine. Dann lauf mal durch. Nach da unten. Oh nein. Zwei von den Dingern. Das ist nicht gut. Ich muss meine Leute ein bisschen zusammenziehen. Drücke aus. Kannst du da hoch? Ja, Gott sei Dank. In Bewegung. Ich weiß, dass er jetzt keine Deckung hat. Das macht aber nichts. Da diese Viecher ja eh nur umklammern. Hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass... Ich hoffe, dass sie keine andere Angriffsmöglichkeit haben. Da ist er. Und nur drei Schaden. Das ist nicht gut. Du strangulierst hier meine Leute? Oh Gott. Wie kannst du denn verfehlen, ey? Aus der Entfernung. Ich glaube, ich muss dir dringend mal ein bisschen Schießtraining verordnen. Dann stellt sich die Frage, wo der Zweite ist. Es sind ja immer zwei von der Sorte. Oh, der hat ja keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Ach, hinter ihm. Cool. Wie die Menschen schafft, mit der Schrotflinte an ihm vorbeizuschießen. Und tschüss. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Jetzt habe ich natürlich zwei Leute, die leicht verletzt sind. Was nicht so schön ist. Nium. Corporal Bell. Ach, die hat gar keine... ...reflexe. Machen wir das so. Stadtkampf-Anzeichen. Wir Raine haben ein Händchen dafür, Aliens lebend gefangen zu nehmen. Ich hoffe, sie wissen, wie wichtig ihre Arbeit für uns ist. Bitte danken sie ihren Truppen von mir. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Ich habe 200 Goldmünzen. Könnte ich eigentlich nochmal... Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Noch ein Labor. Die sind über jede Hilfe hier unten froh. Ach, das ist mit Labor... ...äh, mit Werkstätten. Da hänge ich noch ein Labor dran. Und dann hänge ich hier die Kibernetik... ...das Kibernetik-Labor dran. Und dann habe ich noch 112. Kann ich mir noch eine Waffe kaufen? Streulaser. Ich kaufe jetzt erstmal einen Streulaser. Und... ...ein Lasergewehr für meinen... ...ein Wissenschaftler mit einer Waffe. Oh, oh. Nice. So. Und... ...Pistolen brauche ich eigentlich nicht. Oh, aber ein Präzisionsgewehr. Definitiv. Bewaffnung. Mein Freund, du kriegst ein Lasergewehr. Meine Scharfschützin kriegt eine Laser... ...Sniper. Die beiden kriegen keine neue Waffe. Und einer von meinen... ...Stürmern... ...ich glaube, Mad Dog ist die, die ich sonst immer habe. Oder? Ich glaube, ja. ...ja, das sieht gut aus. Ich glaube, die... ...ja, das war die, die ich sonst immer mitgenommen habe. Ist auch noch sechs Tage verletzt. Eben noch die schweren Laser weiterforschen. ...müsste mir, genau. Was ist denn der Laser... Achso, für mein... ...Raumschiff. Nice. Ich könnte mir eine neue Rüstung machen. Das mache ich auch. ...und... ...eben einmal... ...einen schweren Laser... ...für mein Havlo. Neun Tage noch verletzt. Macht aber ja nichts. Kann ja trotzdem schon mitnehmen. Und den Pulsbogen auch. So, so, so. Und dann beende ich jetzt auch den... ...Part, oder? Ja, ich denke, ich werde jetzt den Part beenden. Oder wir warten auch eben die vier Tage... ...nach dem Ratsbericht. Eingehende Übertragung. Wir sind vom bisherigen Erfolg... ...des Excom-Projektes... ...sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse... ...haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat... ...nicht einfach so. Denken Sie daran. Wir behalten Sie im Auge. Ihr. Commander, jetzt wäre eine Gießerei hilfreich... ...um die neuen Waffen... ...und die Ausrüstung... ...noch effektiver zu machen. Ich empfehle eher früher... ...als später mit dem Bau zu beginnen. Ich habe keine Energie mehr. Hier wäre ein Dampfkraftwerk möglich. Erdwärmekraftwerk. Ah, ich brauche aber hier unten eigentlich... ...die Satellitenkontrollzentren. Oder sind die nicht im Verbund? Ne, die sind nicht im Verbund. Dann kann ich auch... ...Erdwärme... ...Bau beginnen. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Ist das so teuer? Ich dachte, ich hätte 400... ...Kohle gekriegt. Jetzt habe ich nur 6. Das ist nicht so schön. Gut. Ich beende jetzt den Part... ...und die Aufnahmesession besser gesagt. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum... ...nächsten Mal.